Wenn du dich selbstständig machen willst, dein eigenes Unternehmen gründen, dann gilt es nicht nur gute Produkte und Dienstleistungen anzubieten, sondern auch die Menschen zu finden, die genau deine Produkte und Dienstleistungen benötigen. Das bedeutet also, es gibt keine Obergrenze für neue Kontakte und neue Kunden. Und wie du diese aufbaust, darum geht es jetzt in diesem Video. Mein Name ist Daniel Schäfer. Ich bin seit über 20 Jahren nun selbstständig, aber eingetreten in die Wirtschaft bin ich auch als Angestellter. Und als ich mich damals selbstständig gemacht habe, wusste ich nicht, wie ich an noch mehr Kunden oder an Kontakten herankomme. Teilweise hatte ich auch Hemmungen oder Ängste, auf andere Menschen zuzugehen. Und das, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe, ist, dass es keine Obergrenze gibt an Kontakten und Kunden und dass diese Fähigkeit etwas ist, was es sich lohnt herauszubilden. Deshalb werde ich jetzt mit dir gemeinsam auf die Suche gehen, was die wichtigsten Faktoren sind, damit du noch mehr Kunden und Kontakte auch gewinnen kannst. Das erste Wichtige, was ich lernen durfte, ist es, zu erkennen, dass zu Hause auf der Couch oder in den alten Gefilden, wo ich unterwegs war, selten neue Menschen kennenlernen. Es kommen wenig Menschen bei dir zu Hause am Wohnzimmer vorbei. Das heißt, die Lösung ist es, woanders zu sein und am besten dort, wo du noch nie warst. Ich habe mir damals alle Vereine, alle Stammtische, alle Treffen, alle Events, alle Vorträge, alle Veranstaltungen angeschaut, im Internet recherchiert und mir eine lange Liste von über 100 Punkten gemacht. Und diese 100 Punkte habe ich alle recherchiert, nach Sinn, nach Zweck, nach meinem Interesse und habe sie in eine gewisse Reihenfolge gebracht mit der Absicht, ich gehe überall hin, um dann hinterher zu wissen, ob ich da auch mehrmals hingehe, um neue Kontakte und Beziehungen aufzubauen. Also nimm dir die Zeit, plane feste Terminzeitfenster in deine Woche das gesamte Jahr oder wenn du Gründer bist, die nächsten drei Jahre ein, um die Gelegenheit zu haben, in verschiedenen Vereinen, Verbänden, Veranstaltungen, Events oder einfach Stammtischen dabei zu sein. Gerade in der Nach-Corona-Zeit ist es umso wichtiger, wieder unter Menschen zu kommen, um Gelegenheiten zu bekommen, sich zu beobachten, sich kennenzulernen, auszutauschen und echte, wichtige, erhebliche, tragfähige Beziehungen aufzubauen. Beziehungen zu Menschen, die entweder deine Kunden werden oder dein Geschäftspartner, Mitarbeiter oder Multiplikator werden und dir weitere Kunden zuführen. Der nächste Punkt ist aber, dass wenn du unterwegs bist, woanders bist, dass du dich darauf vorbereitest, dort auch Impulse zu setzen, also einen Zugang, einen Auslöser zu bekommen, um mit neuen Menschen tatsächlich ins Gespräch zu kommen. Für mich als eher introvertierten Typen war es schwierig, auf andere zuzugehen. Also musste ich mir was einfallen lassen. Einen kleinen Sticker am River oder beispielsweise eine Türklinke in der Hand als Teaser, sodass andere mich ansprechen, was ich damit vorhabe mit der Türklinke und ich sagen kann, nun, mit dieser Türklinke kann möglicherweise die Tür zu einer neuen Welt aufgehen. Ich habe mir also Gedanken gemacht, um es anderen Menschen und mir selbst auch leicht zu machen, in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Der dritte Punkt ist aber genauso wichtig, um dann in eine Verbindung nicht nur zu kommen, sondern auch zu bleiben. Es bedeutet also, dass du dich öffnest, dass du dem anderen Andockstellen, also Rezeptoren anbietest, wo er andocken kann. Beispielsweise war ich auf einem Event und habe dem anderen mitgeteilt, dass ich jahrelang eine Band gespielt habe, jetzt noch Klavier spiele, aber auch Tennis praktiziere, früher Kampfsport gemacht habe und ein Faible dafür habe für Psychologie und Verkauf. Und der andere hat gesagt, Mensch, Sie spielen Tennis, dann lassen Sie uns doch mal eine Runde Tennis spielen. Ein anderer wiederum hat gesagt, Mensch, Sie sind hier im Marathon unterwegs, ich suche hier in Berlin einen Laufpartner, ich will mich vorbereiten auf den Halbmarathon, haben Sie nicht Lust? Und schon hatte ich einen neuen Laufpartner. Der Nächste sagt, Mensch, Psychologie ist ja wichtig, ich will eine Ausbildung machen zum Coach, haben Sie vielleicht Tipps für mich für eine gute Coaching-Ausbildung? Und schon war ich im Gespräch, konnte dem anderen entweder was zutschicken über E-Mail oder ich könnte mit ihm gemeinsam Termine machen. Er gab mir also seine Kontaktdaten, um Tennis zu spielen oder unsere gemeinsamen Joggingrunden auch zu vereinbaren. Beim vierten Punkt geht es darum, aus dem sogenannten Smalltalk-Fragen, also diesen Oberflächen-Impuls-Fragen, wie ist das Wetter, wie war der Urlaub, wie wird der nächste, wo wohnen Sie, wo kommen Sie her, wie lange sind Sie schon hier in Berlin? Dann aus den oberflächlichen Fragen, aus den Smalltalk-Fragen, in die vertiefenden Fragen zu bekommen. Wenn also der andere sagt, dass er jetzt hier nach Berlin umgezogen ist, kannst du sagen, ja, ist ja interessant, kenne ich einige, sind ja viele, gibt ja noch wenig Berliner. Oder du kannst fragen, was genau hat Sie nach Berlin geführt? Ach, ein beruflicher Wechsel. Was genau machen Sie dann beruflich? Ach, Sie sind Rechtsanwalt. In welchem Bereich sind Sie denn tätig, was ist Ihr Fachgebiet? Ah, Sie im Bereich Strafrecht sind Sie tätig. Was genau vertreten Sie dort oder zu welchen Themen sind Sie aktiv und haben Sie eine eigene Kanzlei? Also man geht immer tiefer, immer tiefer, bleibt beim anderen, interessiert sich für ihn, hört aktiv zu und lernt dadurch den anderen Menschen besser kennen. Das Ergebnis sind zwei Sachen. Das erste ist, Menschen lieben es, über den wichtigsten Menschen in ihrem Leben zu sprechen. Und das sind die Menschen selbst. Wenn du es also schaffst, mit dem anderen über sich zu unterhalten, dann redet der andere über den wichtigsten Menschen und du bleibst in guter Erinnerung, denn du hast dich tatsächlich für den wichtigsten Menschen in der Welt des anderen interessiert und bist dadurch automatisch auch sympathisch. Der zweite Aspekt ist aber, dass der andere Mensch sich dann in der Regel, wenn er kompetent oder eine gewisse Reflexionsfähigkeit hat und Wertschätzung hat, sich dann auch dazu hinreißen lassen wird, eine Gegenfrage zu stellen, wer du nämlich bist, was du machst, woher du kommst, wo du beruflich tätig bist. Und daraus wiederum entstehen viele Chancen für die Zukunft, denn du weißt, was der andere macht, kannst ihn weiterempfehlen oder selbst als Dienstleister und Vermittler nutzen. Und umgekehrt hast du auch einen anderen Vermittler und Dienstleister oder einen Multiplikator gefunden, der dich bucht oder dich weiterempfiehlt. Und die wichtigste Kommunikationstechnik, um wirklich mit einem Menschen in Kontakt zu bekommen, weil Kommunikation heißt ja, Gemeinsamkeiten zu schaffen, etwas gemeinsam machen, ist die Paraphrase. Wenn du ein Gespräch führst ohne Paraphrase, glaube ich, dass dir 50% der Wirkung verloren gehen. Mit Paraphrase schaffst du echte Einheit. Aber wie funktioniert die Paraphrase? Kommen wir zum Anwalt zurück. Der hat dir genau gesagt, dass er nach Berlin gekommen ist, dass er an Heidelberg oder München studiert hat und dass er jetzt hier als Strafrechtsanwalt tätig ist. Und deine Aufgabe ist, das alles zu wiederholen. Wenn Schaummeyer, wenn ich richtig verstanden habe, dann haben sie also in Heidelberg studiert, sind nach Berlin gekommen, um jetzt hier als Partner einer Rechtsanwaltskanzlei tätig zu sein. Sie haben sich spezialisiert auf Strafrecht, der andere macht eher Gesellschaftsrecht. Und sie suchen vor allen Dingen im Bereich der Wirtschaft Klienten und Mandanten. Und ihre Kanzlei, wenn ich es richtig verstanden habe, ist am Alexanderplatz. Habe ich das so richtig verstanden? Bedeutet also, eine Paraphrase besteht am Anfang aus der Zusammenfassung all das Gesagten, was im Kommunikationsfluss abgebildet worden ist. Und zum Schluss mit der Nachfrage habe ich das so richtig verstanden. Das birgt wiederum zwei Vorteile. Das erste ist, du zeigst dem anderen ganz genau, dass du zugehört hast. Und das ist ein Zeichen von Interessen und Wertschätzung. Denn du musst dich wirklich anstrengen und dir alles merken. Der zweite Vorteil ist aber, wenn du etwas falsch gemacht hast, korrigiert dich der andere so lange, bis du es verstanden hast. Das heißt also, so kannst du auch sicherstellen, dass du wirklich genau weißt, was dein Gegenüber macht. Und der sechste Punkt ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was du von den meisten Menschen erleben wirst. Die meisten Menschen fragen nämlich da draußen, wollen sie nicht mein Kunde werden? Kennen sie Menschen, die mein Kunde werden wollen? Also die sprechen darüber, was sie selbst davon haben, dass es den anderen gibt. Nur wir wissen alle aus der Natur, dass vor der Ernte die Saat steht. Es heißt also nicht, erst nehmen und dann gebe ich dir vielleicht was zurück, sondern das Prinzip in der Natur, in der Wirtschaft heißt, erst geben, dann nehmen. Das bedeutet für dich also, frag nicht, wie viel Kundenumsatz der andere, der neue potenzielle Partner oder Kunde dir geben kann, sondern frag danach, wo du anderen helfen kannst. Biete also konkret Hilfe an. Ob das wirklich auch für dich funktioniert, erst geben, dann nehmen, das kannst du am besten ausprobieren, indem du es selbst einfach ausprobierst. Gehe einfach mal auf ein Netzwerk und frag nur die Menschen danach, wer bei dir Kunde werden will und wer dir Umsatz zuführen kann. Und dann gehe auf eine zweite Netzwerkveranstaltung und frage ausschließlich, wo du selbst Teil der Lösung sein kannst, wo du anderen helfen kannst. Und du wirst dann sehen, wo du bessere oder mehr Beziehungen aufbauen wirst und was daraus tatsächlich dann sich entwickelt. Der letzte und siebte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist das Thema Aufschreiben. Aufschreiben. Das Verschriftlichen heißt nicht nur wie in der Schule irgendwas niederschreiben, weil jemand was von dir haben will, sondern das Aufschreiben hat einen ganz anderen Wert. Zunächst mal ist es der erste Schritt zur Materialisierung. Das bedeutet, der erste Weg zur Verwirklichung. Der zweite Vorteil ist aber auch, dass während du aufschreibst, du gezwungen bist, alles nochmal zu wiederholen und zu festigen. Das heißt, deine Lernfähigkeit wird deutlich größer, obwohl du das aufgeschrieben oder weil du es aufgeschrieben hast. Der dritte Vorteil ist, dass du mit der Zeit auch Vorlagen entwickelst. Ich beispielsweise habe mir eine Vorlage entwickelt, wo ich genau aufgeschrieben habe, mit wem habe ich mich wann, wo, durch wen getroffen, worüber haben wir gesprochen, welchen Vorteil kann ich ihm bieten, welchen Nutzen kann er mir bieten, welche Hilfe habe ich angeboten und was ist der nächste Schritt, um in Kontakt zu bleiben. Selbstverständlich kannst du diese Vorlage, wo du dann diese Daten aufschreibst, noch erweitern, zu einer Historie. Wann habt ihr euch wo getroffen, wann gesprochen, wann angerufen, was können die nächsten drei Gründe sein, weshalb ich ihn wieder anrufen darf und beispielsweise auch Hintergründe zur Person. Also Single, verheiratet, Kinder, wo wohnt der Beruf, Qualifikation, gesundheitlicher Zustand, finanzielle Interessen. Also einfach Dinge aufzuschreiben, wo du genau weißt, in der Zukunft auch, wer ist das, dass du dich schneller erinnerst, wer diese Person ist. Schreib gerne auch auf, die Person mit den Sommersprossen und roten Haaren. Denn irgendwann wirst du so viele Beziehungen haben, dass du nicht mehr weißt, wer Herr Müller oder Herr Lehmann genau ist. Aber je mehr Details du heute wahrgenommen hast und aufgeschrieben hast, umso schneller und so eher wirst du dich in der Zukunft an die Person noch erinnern. Aber denk auch dran, dass ein Kontakt, eine Beziehung, nicht einfach ein Single-Shot, ein Erstschuss ist und gleich ein Treffer. So nach dem Motto, einmal auf einer Veranstaltung, einmal gesprochen, eine gute Beziehung, ein guter Kunde und dein Geschäft ist gelaufen. Nein, in der Regel ist es so, dass deine Beziehungen so etwas sind wie Pflanzen, die langsam wachsen, die auch beschnitten und gegossen werden müssen, wo du dich regelmäßig auch investierst und Zeit investierst. Und dann wachsen sie und eines Tages bringt dir eine oder andere Pflanze eine Frucht davor, aber du weißt nicht, welche und wann und wie viel. Das bedeutet also, dass du als Unternehmer, als Selbstständiger auch so etwas bist wie ein Gärtner, ein Landwirt, ein Mensch, der sozusagen mit vielen Beziehungen in Kontakt bleibt, keine vergisst, alle pflegt. Sicherlich gibt es hin und her auch mal Unkraut, was ausgerissen werden muss. Aber du wirst sehen, über die Wochen, Monate und Jahre wirst du einen großen Garten haben, vielleicht sogar eine Obstplantage, wo viele Obstbäume stehen und viele Früchte bringen. Und das wünsche ich dir, dass diese Früchte nicht nur gute Beziehungen sind, Kunden, Geschäftspartner, sondern Menschen, mit denen du freundschaftlich zusammenarbeitest, nicht umsonst heißt es Geschäftsfreunde. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Netzwerk aufzubauen oder Systeme aufzubauen, auch elektronisch, um mit denen in Verbindung zu bleiben, oder Content-Marketing aufzubauen, um denen auch indirekt mitzuteilen, wofür du stehst, wofür du Experte bist, um dann auch Leads zu gewinnen, dann bist du eingeladen, jetzt Gebrauch zu machen für einen kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unter dem Video. Aber vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Aufbau deines Netzwerks, deiner Obstplantage, deiner wertvollen Beziehungen in der Zukunft. Dein Daniel Schäfer